Wir senden euch ganz, ganz liebe Grüße aus Boracay und möchten euch in diesem Video einmal unser Konzept vorstellen. Aber zuerst stellen wir uns natürlich selber vor. Wer bist du denn? Ich bin die Alex. Hi. Ich bin Diplom-Ökotrophologin, Ernährungswissenschaftlerin, habe ein Konzept vor vielen Jahren geschrieben, 35 Jahre schon in der Ernährungsberatung und Vorbereitung für Athleten tätig und nehme an Wettkämpfen für die ältere Generation teil. Für die Masters. Genau. Mich kennen die meisten ja schon. Ich bin Lia und zweifache Bikini-Profi-Weltmeisterin, habe jetzt vor ein paar Tagen den Asien-Pazifik-Championship-Titel auf Manila verteidigen können. Deswegen sind wir hier und jetzt geht es im nächsten Schritt nach Tokio. Und außerdem bin ich Personal Trainerin. Und wir gehen jetzt mal direkt weiter über in unsere Konzeptvorstellung. Und zwar bieten wir ein Coaching für, wir sagen immer, den Lifestyle-Athleten und den Wettkampfathleten an. Und wir fangen mal an mit dem Lifestyle-Athleten. Was ist denn da drin? Genau. In dem Lifestyle-Athleten hast du eine ganz individuelle Beratung. Das heißt, das ist für Menschen zugeschnitten, die in Shape kommen wollen, die sich in die Bestform ihres Lebens bringen wollen, die ihre Ernährung umstellen wollen, die vielleicht Blutparameter haben, die sie senken möchten, die ihren Stoffwechsel aktivieren wollen. Frauen vor allem, aber auch Männer, die sich in ihrer berühmten hormonellen Pause befinden. Da helfen wir und unterstützen wir, durchzugehen, um eben zu vermeiden, dass das so aus dem Ruder läuft und wir euch in die Form eures Lebens bringen können. Ja, super. Super gesagt. Und ich sage nochmal ein paar Fakten. Und zwar geht die Zusammenarbeit hier sechs Monate, um wirklich die optimalen Erfolge erzielen zu können. Und ihr habt jeden Monat eine Stunde ein Training mit mir. Ich sage aber auch immer Training und Talk, weil ich auch sehr, sehr viel über das Thema Mindset, negative Glaubenssätze und Motivation spreche, weil das auch unheimlich viel ausmacht. Das heißt, wir sehen uns entweder persönlich, je nachdem, wo ihr wohnt, eine Stunde lang im Monat oder online kann ich das Ganze auch machen. Genau. Darüber hinaus habt ihr natürlich auch Ernährungsberatungseinheiten. Zweimal monatlich, circa eine halbe Stunde. Ihr bekommt auf euch zugestellte Ernährungspläne, Trainingspläne, ganz individuell. Da dem voraus geht auch erstmal sowas wie eine Anamnese. Das heißt, da brauchen wir so ein paar kleine Hausaufgaben von euch, die ihr erstellt. Und anhand dieser Daten werdet ihr dann ganz individuell von uns durch diesen Prozessen durchgeführt und angeleitet. Richtig. Und jetzt geht es weiter mit dem Wettkampfathleten. Der unterscheidet sich natürlich etwas, weil da auch noch unter anderem das Posing hinzukommt. Hier haben wir eine Zusammenarbeit von mindestens acht Monaten, um die Person wirklich optimal auf die Bühne vorzubereiten und auch nachzubereiten, weil nach einer Wettkampfdiät auch noch gewisse Arbeit ansteht. Reverse-Diets zum Beispiel. Ihr habt eine Peak Week, die ihr beachten müsstet. Egal. Also da ist natürlich der Prozess wesentlich intensiver, noch individueller. Und ja, wir bringen euch wirklich alles nahe, was ihr braucht, um letztendlich fertig auf der Bühne zu stehen, begleiten euch durch diesen Prozess und danach noch mal etwa gute zwei Monate weiter vor. Ja, richtig. Und da kommen dann zu diesem einstündigen Personal Training persönlich mit mir auch noch Online-Posingstunden. Das heißt, 30 Minuten Online-Posing oder in Präsenz, wenn ihr aus der Nähe von Köln kommt oder nach Köln fahren wollt, können wir das auch sehr, sehr gerne persönlich machen. Also wir freuen uns sehr. Wir sind seit einem Jahr in Zusammenarbeit mit unserem wunderbaren Shape. Ihr findet uns auch unter info-shape-at-gmx.net. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Wir schicken euch dann erstmal ein DIN A4-Blatt als Übersicht zu, dass ihr einfach auch Informationen habt, dass ihr wisst, was ist denn überhaupt in diesem Lifestyle- oder Wettkampfathleten-Vorbereitungskonzept beinhaltet. Breise und Co. möchten wir jetzt erstmal hier nicht bekannt geben, ist klar. Aber wir freuen uns sehr, wenn ihr uns kontaktiert und ja, vielleicht habt ihr Lust, mit uns beiden zufällig zu arbeiten. Genau, scheut euch auf jeden Fall nicht, uns einfach zu kontaktieren. Und ich bin mir sicher, dass wir euer Ziel gemeinsam erreichen können. Ich hatte die Chance, mit euch zusammenzuarbeiten. Bitte tut es. Ich danke euch von Herzen.